Herzlich willkommen, liebe Freunde, Teil 7 Tears of the Kingdom. Wir sind von den Wolken runter und sind jetzt in der Ebene von Hyrule. Und schauen mal, was wir hier denn so haben. Der Typ scheint Äpfel zu sammeln. Okay, dann gib mir deine Äpfel. Danke. Oh, du lebst noch. Jetzt aber. So, du hast doch hier irgendwo was verloren, oder? Okay. Was haben wir da? Ein Bobclin Horn. Wow, Angriffsstärke 4. Horn mit mehreren scharfen Zacken. An der Waffe befestigt, erhöht ist die Angriffskraft. Sehr gut. Ich, oh, da war noch was. An Stein einfach nur. So, ich sehe einen Pilz. Den nehmen wir uns noch mit. Und wir haben hier... Materialdepro für Wiederaufbauzwecke. Okay. Sieht aus, als wenn wir uns irgendwie so eine Art Auto oder Gefährt bauen können. Ähm, ich... Ach, guck mal, selbst das Große können wir da wegnehmen. Okay. Ähm, ich bin mir gerade ein bisschen unsicher. Denn wir haben... Kann man das auch nehmen? Nein. Wir haben keine Art Lenkrad oder so. Und ich meine, klar, ich könnte mir jetzt aus dem Balken und den Rädern irgendwie zwei Achsen bauen und losdüsen. Aber ob das so viel bringt, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ähm, bin ich mir nicht ganz sicher, muss ich ehrlich gesagt sagen. So, wir nehmen einfach mal den rostigen Zweihänder. Schild haben wir auch. Sehr gut. Und gucken mal, wir müssen... Wo müssen wir überhaupt hin? Wir müssen... Ach, guck mal, wir sind in der Karte. Wir können jetzt zwischen Himmel und Oberfläche wechseln. Okay. Gut. Und wir wollen hier hin. Auf nach Hyrule. Dann machen wir das mal. Ich bin gespannt, wie lebendig die Welt ist. Oder ob wir hier beispielsweise viele Areale haben. Das war ja auch so ein Kritikpunkt bei Breath of the Wild. Dass es dort hieß, da war die Ober... Oder da war die Welt relativ leer. Kann man das so sagen? Leer. Da war nicht wirklich was los. Müssen wir mal gucken. Also wir haben jetzt, wie gesagt, die Möglichkeit... Wir sind jetzt... Ja, eine Open World. Wir können wirklich machen, einfach was wir wollen. Worauf wir Bock haben. Und mich interessiert... Ob wir hier irgendwas finden. Das könnten wir bestimmt anzünden. Oh, Fragezeichen. War da drunten einer? Okay, das Laubdingen können wir anzünden. Machen wir das? Komm, machen wir. Wofür habe ich mir sonst die... Oder habe ich die hier gar nicht? Ne, habe ich gar nicht. Okay. Ne, dann zünden wir es nicht an. Ich habe gedacht, ich hätte noch meine Holzbündel. Zack. Okay, was hast du für mich? Noch ein Bob-Clinhorn. Bob-Clinhorn. So rum. Hier sind jetzt gerade auch keine Bäume, die ich fällen kann. Ne, da hinten. Hm. Kommt schon irgendein Pferd? Nein. Ja, guck mal hier. Na, komm her, dann kämpfen wir beide mal eine Runde. Der haut ab. Oh. Tut der mir ja schon fast ein bisschen leid. Ich habe gerade nur überlegt, dich leben zu lassen. Aber nicht so, mein Freund. Oh. Wir haben nichts zum Kämpfen. Ähm. Wir nehmen uns mal... Es ist ja bricht gleich alles. Ist ja auch irgendwie Mist. Kommen die Alpha-Krieger-Klinge. Und tschüss. Noch ein Horn. Okay. Ja, ich glaube, ich möchte wirklich mal wissen, was passiert, wenn wir da hinten... Wobei, das scheinen mehrere zu sein, ne? Da ist noch so ein Ding. Ne, das ist das. Ne, gar nicht wahr. Das ist das nicht. Das ist noch so eins. Wobei, da ist wahrscheinlich nichts zum Anzünden drauf. Komm, wir machen das einfach mal aus Spaß. Wir zünden das jetzt mal an. Und gucken mal, was da passiert. Da nehmen wir die Axt. Oh, eine Eichel. Spurdechse. Nehme ich auch gerne. Okay, dann haben wir noch eine Route. Krokwedel. Okay. So. Dann schauen wir mal. Ähm. Ach doch, da hatten wir doch acht Stück. Wieso habe ich die denn gerade nicht gesehen? Okay. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Ablegen. Na, roll da doch nicht so runter. Falscher Knopf. So, wir legen es jetzt hier hin. Sehr gut. Und nehmen wollen wir... Da haben wir den Feuerstein. Der kommt auch drauf. Ja, das war... Ach, guck mal. Ein Krok. Hoho, du hast mich gefunden. Du bist ja gar nicht Maronus. Kannst du mich etwa sehen? Ich bin ein Krok, ein Waldgeist. Hier, ich habe was für dich. Ein Krok-Samen. Vielen Dank. Das wissen wir, dass ihr euch gerne versteckt. Können wir noch mit dir reden? Nö, du sagst nur Tschüss. Okay. Okay, okay, okay. So, jetzt aber weiter Richtung Ziel. Da wollen wir hin. Da ist ein alter Wagen. Ich weiß nicht, ob wir den benutzen können. Da hinten sieht man übrigens wieder sehr schön die ganzen Himmelsinseln. Ich bin echt gespannt, wie man draufkommt. Wie man da hinkommt. Da haben wir anscheinend ein paar Gegner. Ach, nicht? Wieder so ein... So ein... Früchte-Sammler. Okay. Ich möchte mal was probieren. Schade. Das kann ich nicht nehmen. Ich wollte ihm das Ding auf den Kopf hauen. Mövendorf-Ruinen. Oh, wieso? Ich habe gerade gar nichts in der Hand. Warum habe ich nichts in der Hand? Ist die zerbrochen? Okay. Ähm... Ja, ich habe nicht mehr wirklich viel... Ich müsste mal gucken, dass ich neue Waffen bekomme. Oh, da ist noch einer hergelaufen. Komm her. Er brennt. Der Arme. Dafür haben wir einen Soldatenschwert. Ein Sechser. Okay. Sein geringes Gewicht bewirkt, dass Angriffe schneller aufgeladen werden. Okay. Das scheint auf jeden Fall irgendwie eine Art Anführer zu sein. Okay. Tja, wenn ich jetzt wüsste, wie stark du bist, Kollege, ne? Was ist das denn überhaupt? Wir können ja vielleicht mal probieren, auf den drauf zu schießen, damit wir sehen, was der für... Ne, immer noch nicht getroffen. Der ist einfach zu weit weg. Einen Versuch mache ich noch. Ne. Ne. Na, das ist mir ein bisschen zu unsicher, wenn ich ehrlich bin. Wenn er mich jetzt nicht unbedingt sieht, dann möchte ich auch nicht direkt den Konflikt suchen. Okay, da sollten wir drumherum kommen. Wir können aber ein bisschen... Shit. Geflügel gebrauchen. Aber dafür müssten wir auch treffen. Wenigstens haben wir den Fall wieder. So. Was haben wir denn hier Schönes? Okay, da stehen welche. Mal gucken. Ich denke nicht, dass wir kämpfen müssen. Hm, wie kann das sein? Link? Doraus ist das. Ihr seid es doch, Link. Wo wart ihr die ganze Zeit? Kaum brächt ihr mit Prinzessin Zelda zur Nachforschung im Untergrund auf, hebt auf einmal das Schloss ab. Ihr könnt euch vorstellen, was für Sorgen sich alle gemacht haben. Besonders Pura hat sich kaum ausgeruht, weil sie versucht hat, euch beide wiederzufinden. Pura mit dem Pura-Pad. Genau, Direktorin Pura soll sich in dem großen Haus da hinten befinden. Da gehen wir hin. Ich merke übrigens gerade, ich muss einmal ganz kurz pausieren, denn mein Strom ist gleich weg. Kleiner Augenblick. Weiter geht's. Bitte geht schnell zu ihr, damit sie weiß, dass es euch gut geht. Aber sehr gerne. Also, oh ja, Pferde, Spähposten. Ähm, was hast du für mich live? Deine Ankunft wird hier so einigen Wirbeln machen, okay? Ich kann mich beim Soldaten im Zentrum des Spähpostens informieren. Aber erstmal gehen wir zu Pura. Na, wobei, wenn du hier stehst, dann kann ich dich auch mal fragen, was los ist, Skorpis. Genau. Alle haben auf mich gewartet. Wo ist Prinzessin Zelda? Aber wir sollen einfach mal zu Pura gehen. Das sagen uns alle, dann machen wir das auch. Komm. Können wir hier durch? Gibt es denn drin eine Treppe oder müssen wir? Okay. Okay. Das hat nichts gebracht. Das war einfach nur ein Durchgang. Okay, okay. So, erster Stock. Da müssten wir... Joscha, goldenes Haar und blaue Augen. Dididi, Direktorin Pura, der Herr der Ritter, äh, der Herr Ritter ist zurückgekehrt. Los geht's. Ich bin gespannt, wie sieht Pura aus. Deine Brille ist schief. Ja, wo kommst du auf einmal her? Stopp. Du bist kein Gespenst, oder? Ui. Der Arm sieht ja wild aus. Puh. Eins steht schon mal fest. Wir haben reichlich zu bereden. Jetzt ist mein Controller schwarz, weil der Hintergrund schwarz ist. Ich find's immer nur so lustig. Habe ich ja letztes Mal schon gesagt, der ist Bluetooth-Controller. Du bist auf einer Insel im Himmel. Du bist auf einer Mumie gestoßen, welche vor euren Augen zu neuem Leben erwachte. Dann ist Prinzessin Zelda in die Tiefe gestürzt und verschwunden. Das muss der Zeitpunkt gewesen sein, als das Schloss plötzlich hochschwebte und gleichzeitig all die Ruinen herabfielen. Du bist auf einer Insel im Himmel erwacht. Der Arm, der die Mumie niederhielt, muss dich also irgendwie gerettet haben. Und dann hat dir ein fremdes Wesen das Pura-Pet überreicht. Auch soll der rechte Arm vorher jemandem namens Rauru gehört haben? Aber das Master-Schwert ist weg. Da kann man von Glück reden, dass dich Prinzessin Zeldas Stimme schließlich zu uns geführt hat. Es ist unglaublich. Wie um alles in der Welt hast du den Sturz von dort oben heilüberstand? Ich habe keine Ahnung. Mit einem guten Köpper. Rauru, soweit ich weiß, hieß doch der erste König Hyrules, von dem die Legenden berichten, so nicht wahr? Okay, ergibt keinen Sinn. Die Mumie steht gewiss mit dem Kataklysmus in Verbindung. Ja, genau. Es würde mich doch sehr wundern, wenn hierfür nicht auch der Kataklysmus verantwortlich wäre. Ja. Genau, ich habe die Prinzessin der Stimme gehört, wie sie gesagt hat. Bitte finde mich. Also scheint Zelda noch am Leben zu sein. Genau, vielleicht konnte sie unter Schloss Hyrule Hilfe finden oder Unterschlupf finden. Okay, ich soll mich beim Suchtrupp, der unter dem schwebenden Schloss Hyrule steht, melden. Okay, bei Holm. Bitte merken, Holm. Okay, sie zählt auf mich. So, Pura, Direktorin des Spähpostens, beste und bekannteste Forscherin auf dem Gebiet antiker Technologien im ganzen Land. Genau, hat mit Zelda die Sonau-Kultur und das Miasma erforscht. Zartes Alter von mehr als 100 Jahren. Okay. Okay. Das schwebende Schloss. Das schwebende Schloss. Ich weiß ja nicht, aber okay. Ist hier was? Nein. Vorher wollen wir aber erstmal nochmal gucken, was hier so los ist, ne? Was ist das hier? Hm. Ich möchte mal zu dem Typen am Anfang gehen. Vielleicht kriegen wir ja ein Pferd, wer weiß. Hast du mir jetzt was zu sagen? Skorpis, genau. Er wird den Schutzraum für uns öffnen. Okay. Dieser Keller war eins der Schutzraum für die Königsfamilie von Hyrule. Okay. Ist jetzt ein Wohnquartier? Okay. Das heißt, da gibt es anscheinend ein paar Sachen drin, die wir benutzen können. Ich bin gespannt. Wer bist du denn? Mondan. Willkommen, willkommen. Okay. Torwächter. Das ist ein Schutzraum, der immer... Genau. Wir fragen einfach mal, was ist ein Schutzraum? Genau, ist alt, reichlich Vorräte, sehr gut. Und er ist der Torwächter und wir sollen... Es wäre einfacher, wenn wir einfach durch die Decke steigen könnten, ja, Mondan. Dann werde ich dir gleich mal etwas zeigen. So, Jerin, Jerin. Okay, mach dir keinen, mach keinen Dreck. Nein, ich mach keinen Dreck. Wirklich nicht. So, was haben wir denn hier alles für nahrhaftes Essen? Er heißt Burnon. Er kann kochen, macht Obst mit Pilzen. Er hat keine Äpfel mehr. Okay. Hast du jetzt einen Apfel? Aber natürlich. Sehr gut. Werden wir dafür was bekommen? Warum nicht? Dann müssen wir nicht selber kochen. Das ist Obst mit Pilzen à la Burnon. Sieht lecker aus, oder? Ja. Danke. Ein Apfel, ein Pilz und eine Kochstelle. Das heißt, ein Apfel in die Hand, ein Pilz. Egal welcher Pilz. Schauen wir mal. Ja. Aber das gibt nicht ganz so viel, weil wir einen Himmelspilz benutzt haben. Und ich denke, wenn wir einen, das probieren wir noch ganz schnell aus, dann geht es gleich weiter. Wenn wir stattdessen ein, wo ist er denn? Ein Hyrule-Pilz benutzen. Bin ich mir sehr sicher, dass das Ding dann zwei Leben zurückgibt. Ja. Okay. Hast du irgendwas für uns? Zerfressen. Ja, genau. Okay. Das war, Miasma ist gekommen. Hat sich an die Waffen geheftet und hat dann alles zerfressen. Okay. Ja, ich kann mir gerne alles nehmen, was hier rumliegt. Aber hier liegt ja gar nicht so viel rum, oder? Doch, guck mal ein bisschen. Oh, eine Neunerklinge. Das ist cool. Waffentasche ist voll. Ach, guck mal. Hier stehen noch ein paar Sachen. Das heißt, was wir beispielsweise wegpacken, ist das. Ist das, weil das eh kaputt geht. Ist das. Das möchte ich mal behalten, weil es relativ lang ist, ne? Ein Reiseschwert, fünf. Okay. Die Klinge. Steht hier sonst noch was rum an Waffen? Ne, nur den Kram, den ich habe fallen lassen. Wer bist du? Mal planen, okay. Der kann mir ein paar Infos geben. Okay, Völker. Wir haben die Hylianer. Die vier anderen Völker sind die Orni, die Gorone, die Zoras und die Gerudo. Leben alle völlig unterschiedlich. Manche fliegen durch die Lüfte, andere essen Felsen, als wären es Äpfel. Und nicht nur das. Und selbst zwischen den einzelnen oder in den einzelnen Völkern gibt es Unterschiede. Hier haben wir beispielsweise die Chica bei den Hylianern. Genau, kenne ich. So, was für Ortschaften haben wir? Dörfer, Städte, manche jung, manche uralt. Oh, jetzt gibt es anscheinend einen kleinen Erdkunde-Exkurs. Erstmal hätten wir den Spähposten. Genau, da sind wir. Dann im Nordwesten haben wir Dorf der Orni. Dann haben wir die Gerudo-Region. Dann haben wir im Nordosten die Eldin-Region. Akala. Dorf der Zoras. Nikluda. Stamm der Chica. Ja, ist auf jeden Fall einiges, was wir da haben. Eine Modehauptstadt, sehr gut. Und Angelstedt, okay, als Erholungsort. So, okay, komm. Das reicht, das reicht, das reicht. Ja, wir sind vorsichtig. Was haben wir hier noch? Irgendwas, was wir mitnehmen können? Wir haben jetzt ein paar Waffen. Das war ganz cool. Aber ich glaube, ansonsten... Gibt es hier nicht so viel für uns, oder? Und jetzt zeige ich euch mal, was Leute was richtig cool ist. Wir gehen einfach hoch. Wo war der Pferde-Typ? Was haben wir hier? Okay, ein bisschen Kleidung. Schauen wir mal. Was es denn hier so gibt. So, die Hüli... Wir haben gar keine Rubine, Leute. Wir können uns gar nichts kaufen. Schade eigentlich. Wir sind einfach richtig, richtig arm. Schade. Ja, ist der einzige Laden. Okay. Kauf von mir. Was können wir denn verkaufen? So, ist alles nichts wert. Guck mal. Aber wir haben noch den Opal irgendwo. Das ist alles nichts wert. Zwei Rubine, drei Rubine, Raubschleim, Stein. Das will ich eigentlich nicht abgeben. Opal, okay. Keine Ahnung, ob der für irgendwas anderes gut ist. Wir verkaufen den jetzt einfach mal. Können wir uns nämlich ein paar neue Sachen kaufen. Und zwar... So, die Hose können wir uns nicht leisten. Das können wir uns nicht leisten. Wir können uns aber eine Kapuze leisten. Die kaufen wir uns auch. Und ziehen die natürlich auch an. Okay, cool. Was kosten die Pfeile? Fünf Pfeile. Fünf Pfeile kosten 20 Stück? Boah. Okay. So. Dann sind wir hiermit fertig. Wo war der Pferde-Typ? Tsch, 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 tsch. Tssst, 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 tssst. Hm, 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 hm. Wieso finde ich den jetzt nicht wieder? Warte mal, der muss da sein. Da ist er. Ich habe keine Ahnung, ob wir von dem Pferd bekommen oder nicht. Wäre auf jeden Fall ganz cool. Aber ich glaube eher nicht, oder? Ja, achso. Ein Pferd registrieren. Okay. Okay, da müssen wir noch ein bisschen warten. Okay, wir gehen jetzt erstmal zu Schloss Hyrule. Einmal kurz einen Blick auf die Uhr. Wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. Ist hier noch irgendwas? Ach, guck mal, Samarium. Oh, wer kommt da? Robelo. Was machst du denn da? Die haben ja doch gesagt, ich kann mir alles mitnehmen, was ich möchte, oder? Der leitende Pura-Pad-Entwickler. Nein, dafür ist keine Zeit. Stimmt es, dass du das Pura-Pad hast? Ja, habe ich. Okay, wenn ich nach Atheno komme, kann ich anscheinend... Okay, komm, dann machen wir das jetzt weg. Soll ich mit ihm sprechen? Denn ich denke... Darf ich auch das nicht haben? Okay. Denn ich denke, er wird dann unser Pura-Pad ein bisschen verstärken. So, was passiert denn hier, wenn wir beten? Nix. Hätte ja klappen können. So, der Stadtposten. Okay, wobei, wir sind ja jetzt raus. Genau. Das sind die Ruinen von Hyrule-Stadt. Das Schloss sieht nicht ganz so... gut aus, muss ich sagen. Sollen wir da einen kleinen Schrein? Na, da gehen wir doch mal direkt hin. Hopp. Zentralplatz, okay. Was mich interessieren würde, wenn ihr auch das Spiel spielt, was ihr bestimmt macht, ähm, sagt mir doch mal Bescheid, ob ihr... eine Reiselandze, ob ihr eher dem, ähm, ob ihr eher, so wie ich es mache, ich folge ja schon in der Regel der Mission, ne? Also, dass ich weiß, gerade jetzt am Anfang, ich muss hier hin und hier hin, oder ob ihr wirklich einfach völlig frei durchs Land lauft und, ähm, ja, einfach wild erforscht, ohne jetzt irgendwie einem, sagen wir mal, einem Faden zu folgen. Würde mich auf jeden Fall interessieren, ähm, was ihr da besser findet, aber gerade, weil es ja auch einfach natürlich so groß ist und ich auch gerne wissen möchte, was in der Unterwelt ist, ähm, folge ich jetzt gerade erst mal hier dem, dem roten Faden. So, Benni, genau, du hast nicht mitbekommen, dass ich gekommen bin, okay, kein Problem, ähm, und der Typ da oben wird überrascht sein, mich zu sehen. Davon gehe ich aus. Besonders, weil die alle dachten, dass ich noch im, blub, im, äh, Schloss bin. Aber das kam dann ja doch alles ein wenig anders. Kommen wir hier überhaupt her? Ich denke mal nicht, oder? Nee. Können wir da hochklettern? Ich weiß nicht, ob meine... Wahrscheinlich eher nicht. Doch, guck mal, hier kann ich mich ausruhen. Und weiter geht's. So. Hui. Ich wollte gar nicht fallen. Wie gut, dass wir so leckeres Essen dabei haben. Ähm. Ich brauche den Kälteschutz eigentlich nicht. Na, aber... Komm, wir essen das einfach mal. Hohe Alarmbereitschaft. Genau. Die suchen Zelda und Link. Und dann sagt er, oh, das bist du doch. Alles klar. Tut mir leid, dass ich dich nicht sofort erkannt habe. Ja, okay. Ähm. Beim Truppenführer Holm beim Tor des dritten Walds melden. Einfach dem Weg weiter folgen. Okay. Das kriegen wir hin. Hm. Ich glaube, das Schloss hat auch schon bessere Tage gesehen. Hm. Wahnsinn, ne? Wenn man sich wirklich mal überlegt, dass man all das preisen kann. Richtig, richtig gut. So, bist du Holm? Sachs. Hier ist Unbefugten der Zutritt. Ja, Zelda Suchtrupp. Okay, ich bin aber Link. Dann gehen wir noch weiter hoch. Um uns eine Sondergenehmigung zu holen. Bestimmt der Typ da, oder? Nein, auch nicht. Okay. Was haben wir hier? Ein Schild. Reiseschild. Sehr gut. Ach, die Schildtasche ist voll. Guck mal. Dann packen wir doch einfach mal das Ding weg, damit wir unseren Reiseschild nehmen können. So. So. Tja, wo ist er denn? Das bist du auch nicht. Genau, jeder will. Steht oben auf dem Tor. Okay. Auf welchem Tor denn? Auf dem Tor? Oder auf dem Tor? Damit ich weiß, wo ich hochklettern muss. Okay, das ist der dritte Wall. Okay, das ist der dritte Wall. Guck mal, hier liegen auf jeden Fall schon mal ein paar Schwerter. Genau. Haben wir ja schon gehört, dass die Waffen alle... Ja, das ist jetzt alles nicht so... Toll, aber das Ding schmeißen wir jetzt einfach mal weg. Nehmen wir uns das. Ja, zumindest vier. Alles klar, das ist ja ganz gut. So, wo ist denn der Typ? Ist der da oben drauf oder wo? Hm. Oder bist du ganz oben? Wirklich ganz, 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 ganz oben. Oh, gerade eben geschafft. Oh, da bist du noch weiter oben. Das kann ich mir ja kaum vorstellen. Moment, bevor ich jetzt noch weiter hochklette, einmal kurz gucken, ob wir hier irgendwo was sehen. Aber... Ja gut, der steht ja nicht da oben drauf, ne? Was ist das für ein... Für ein, äh... Da komm ich nicht hoch, doch auch. Und ein Krog gefunden. Sehr gut. Haben wieder ein Krog Samen. Tschüss. So, wo ist... Ah, Entschuldigung. Wo ist Holm? Ich hab' ja gesagt, der steht hier... Der steht hier eigentlich, oder nicht? Aber wo? Da, okay. So, du müsstest das doch jetzt sein. Genau, das ist Holm. Nein, ich bin gerade beschäftigt. Und jetzt sieht er, dass ich ich bin. Ha? Ich werd' nicht mehr. Werter Link, ihr seid es tatsächlich. Ja, ich bin's. Ich bin so froh, dass es euch gut geht. Prinzessin Zelda ist in Sicherheit. M-m. Leider nicht. Genau, er versteht nichts mehr. Die suchen auf jeden Fall noch. Und überall ist Miasma im Weg. So. Oh, er sieht Prinzessin Zelda anscheinend. Okay. Ihr seid wohl auf. Na, und da schwebt sie davon. Huch. Huch. Habt ihr doch auch gesehen, oder? Sie hat sich in Licht aufgelöst und ist verschwunden. Was geht denn vor sich? Schnell, wir müssen handeln, wenn sie nicht reagiert und einfach verschwindet. Dies muss unbedingt Pura gemeldet werden. Jetzt, dann ziehen wir uns halt zurück. Okay. Okay, das heißt, wir werden Pura wieder Bescheid sagen. Aber das, meine lieben Freunde, machen wir im nächsten Part. Das war Teil 7. Wie gesagt, ich hab am Anfang gesagt, wow, okay, wir sind hier richtig Open World. Wir können jetzt machen, was wir wollen. Aber, wie ich gerade schon erwähnt hab, ich folge erstmal noch dem roten Faden. Ist wahrscheinlich am Anfang auch ganz normal. Und diese riesengroße Freiheit, dass wir später einfach gucken, was wir machen, werden wir sicherlich dann sehen. Das war's mit Teil 7. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß mit dem Spiel, wenn es spielt. Und ansonsten freue ich mich tierisch, wenn wir uns zu Teil 8 wiedersehen. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.